Auch hier gut geblockt und Ruminski darf wieder und den macht er noch mal. Van Carstens hat da die grüne Karte in der Hand. Legt sie jetzt dann auch. Es gibt Redebedarf bei Minden. Wir hören mal rein. Die stärkste Liga der Welt. Live und in der Konferenz. Riqui Moli Pavel. Nur auf Sky.